In diesem Video geht es um die besten Internet-Security-Softwares. Der Qualitätssieger in unserem Internet-Security-Test geht an den Kaspersky Internet-Security. Kaspersky Internet-Security schützt Sie mit nur einer Lizenz auf PCs, Macs und Android-Geräten bei sämtlichen Online-Aktivitäten vor Malware, Webcam-Hacks, Betrugsversuchen und mehr Ihr Code wird mit einer detaillierten Installationsanleitung elektronisch zugestellt. Der Hersteller produziert keine CD-DVD-Speicher-Sticks für dieses Produkt, bremst Ihren PC nicht aus. Verhindert Infektionen durch Krypto-Mining-Malware. Original Kaspersky-Schutz Beim Online-Banking oder Shopping schützt die Sicherheitslösung Ihre Finanzen und Konten und auf sozialen Netzwerken Ihre Identität. Beim Surfen im Internet sind Sie vor Angriffen sicher. Außerdem erhalten Sie besonderen Schutz vor infizierten Dateien beim Downloaden oder Videostreaming. Egal, was Sie in Ihrem digitalen Leben auch tun. Kaspersky Internet-Security bietet Premium-Schutz vor digitalen Gefahren zum Schutz Ihrer Online-Aktivitäten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die G-Data Internet-Security 35. Seit mehr als drei Jahrzehnten sichern wir Windows, Mac OS, Android-Smartphone und iPhone. Software wird ausschließlich in Deutschland entwickelt und enthält keine Hintertüren für Geheimdienste. Rundum-Schutz für Ihr Gerät G-Data Internet-Security sichert Computer, Smartphone oder Tablet effektiv gegen Viren, Airpresser-Software, Spam und Phishing-up. Sicheres Online-Banking und Shopping, zusätzlich zu Virenschutz und Firewall, sorgt die BankGuard-Technologie dafür, dass Sie beim Einkaufen und Banking optimal geschützt sind. Wir sind 24 Stunden Telefonsupport, bei Fragen oder Problemen sind wir zum Ortstarif für Sie da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Internet-Security-Test ist die Kaspersky Internet-Security ein Gerät. Kaspersky Internet-Security schützt Sie mit nur einer Lizenz auf PCs, Macs und Android-Geräten bei sämtlichen Online-Aktivitäten vor Malware, Webcam-Hacks, Betrugsversuchen und mehr. Ihr Code wird mit einer detaillierten Installationsanleitung elektronisch zugestellt. Der Hersteller produziert keine CD-DVD-Speicher-Sticks für dieses Produkt. Ramst Ihren PC nicht aus. Verhindert Infektionen durch Crypto-Mining-Malware. Original Kaspersky-Schutz Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.